Ja, der Januar ist jetzt schon ein paar Tage rum, leider kommt dieses Video verspäteter als ich gedacht habe, da leider krank. Aber jetzt kommen wir endlich mal zur Auflösung des Gewinnspiels, zum 1000-Abo-Special. Ja, denn dieser Kanal hat ja vor kurzem die 1000 Abonnenten geknackt. Und in diesem Special habe ich dazu aufgerufen, oder habe zumindest angekündigt, dass es dieses Mal ein Gewinnspiel gibt als Abo-Special. Wenn ihr genau wissen wollt, was in dem 1000-Abo-Special passiert ist und was es überhaupt zu gewinnen gab und und und, checkt es gerne aus, ist wahrscheinlich jetzt hier irgendwo verlinkt. Hier geht es aber jetzt wirklich kurz und knapp, deswegen dieses Video werdet ihr auch irgendwo hier unten sehen, hier ist ja irgendwo der Zeitbalk oder wie auch immer das Ding heißt. Es ist ein sehr kurzes Video, hier geht es einfach wirklich nur kurz darum, die Gewinne auszulosen. Ich habe gesagt, ihr solltet einfach einen Kommentar schreiben, um was auch immer, egal was für einen Kommentar, manche haben auch wirklich einfach geschrieben, irgendeinen Kommentar, fand ich übel funny, hätte ich genauso gemacht, glaube ich, also seriously. Manche haben neue Fragen gestellt, manche haben einfach nur geschrieben, jo, herzlichen Glückwunsch, cooler Dude, weiter so, danke an der Stelle für die ganzen Glückwünsche und so. Auf jeden Fall habe ich ja gesagt, fünf Leute von euch können gewinnen und diese fünf Leute werde ich jetzt zufällig anhand eines, ja, random Kommentar-Zieh-Programms raussuchen. Ich habe natürlich eingestellt, dass mehrfach geschriebene Kommentare rausgefiltert wird, also jeder hat quasi nur einen Loszettel im Top. Ja, und die ganzen Gewinner werden wir jetzt mal vom fünften bis zum ersten Platz rausziehen. So, und da sind wir mal ganz, ganz schnell in der Auswertungszentrale, ähm, tatsächlich ohne mein Gesicht, dafür blende ich jetzt einfach mal dieses Standbild von meiner Fresse ein. So, und wir begeben uns jetzt in die Live-Selektierung des, äh, der Gewinner. Und zwar, wir sehen hier, ich werde hier einmal den Videolink, ich sehe das, 1000-Abo-Special-Gewinnspiel, den Videolink einmal kopieren mit STRG-C, für die ganz sicheren, ich gehe auch hier auf Kopieren, ne. Dann switchen wir auf diese Seite irgendeinen random Kommentar-Picker, YouTube-Kommentar-Picker, da, seht ihr, ich habe den Link, glaube ich, schon mal eingefügt, verfügen wir den Link ein. Filter Duplicate Users, bedeutet, jeder Kommentar oder jeder Schreiber kann nur einmal gezogen werden. Heißt, wenn ihr jetzt mehrere Kommentare geschrieben habt, ist eure Chance dementsprechend jetzt nicht höher, aber auch nicht, naja, weniger mehr wert. So, und ich werde gleich hier auf Get a Random Comment klicken und wir fangen von hinten an. Und zwar fangen wir dann mit Platz 5 an und Platz 5, der, 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 der das fünfte Gewinner ist, Skeleke, Skeleton King 5, 4, 9, mit diesem wunderschönen Kommentar. Ja, erstmal vielen Dank für deine Glückwünsche und auch vielen Dank, dass du im Gewinnspiel teilgenommen hast. Herzlichen Glückwunsch, du bist Platz 5 des Gewinnspiels. Wir gehen jetzt direkt zu Platz 4 und ich wollte hier noch erwähnen, es kann natürlich sein, dass jetzt gleich ein Kommentar kommt, wo dann steht, nee, ich würde nicht unbedingt beim Gewinnspiel teilnehmen wollen, dann, äh, ja, rerollen wir einfach nochmal und, äh, ja, deswegen, also gehen wir direkt und zwar zu Platz 4. Platz 4 ist Clemens Schneider8866 und tatsächlich mit diesem Kommentar, als ich ihn gelesen habe, ich fand es so lustig, weil ich halt legit im Video gesagt habe, beschreibt irgendeinen Kommentar. Und er hat es einfach perfekt gemacht, deswegen an der Stelle, äh, ja, ne Zufallsgenerator zwar, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch, du hast es mit dem simpelsten Kommentar, den es so hätte geben können, wirklich geschafft. Und ja, herzlichen Glückwunsch, du bist Platz 4 des Gewinnspiels. Wir machen jetzt nicht hier lang rum und gehen direkt weiter und zwar Platz Nummer 3 geht an Tomska oder Tomsker oder ich, 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 Entschuldigung, ich weiß nicht, wie ich den Namen direkt ausspreche, aber ja, Tom potenziell. Du hast, äh, ja, du bist auf Platz 3. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle und auch vielen Dank für deine Glückwünsche zu den 1000 Abonnenten. Und auch ja, du hast es sehr, sehr richtig gemacht, ich würde sehr gerne am Gewinnspiel teilnehmen, passt auf jeden Fall. Tatsächlich lustig, bis jetzt keiner, der gesagt hat, ne, ich möchte nicht teilnehmen, Funfact, vielleicht kommt es noch, vielleicht auf Platz 1, wäre lustig für denjenigen, der dann, naja, nicht gewonnen hat. Wie gesagt, an der Stelle nochmal, herzlichen Glückwunsch, du bist Platz 3. Gehen wir auf Silber, gehen wir auf Platz 2. Wer gewinnt den Platz 2? Und zwar, Elena Degu, 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 wie auch immer, Elena, herzlichen Glückwunsch. Du bist, ja, Platz Nummer 2 und auch jemand, der wirklich auch am Gewinnspiel teilnehmen wollte. Erstmal wieder vielen Dank für deine Glückwünsche und ja, äh, freut mich, dass du gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch, einfach Platz 2, äh, ne, alles Gute, alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Ja, und jetzt kommt der große Trommelwirbel und ich könnte mir echt vorstellen, dass jetzt jemand kommt, der nicht teilnehmen wollte am Gewinnspiel. Gab nicht viele, ich glaube 2 oder 3, glaube ich. Aber das sehen wir, wie gesagt, nochmal, herzlichen Glückwunsch, Platz 2 und wir gehen jetzt auf Platz 1, auf Gold und Gold hat gewonnen. Der oder die oder das, liebe... FanticXXX6536. Herzlichen fucking Glückwunsch. Ja, du hast, äh, ja, Platz 1 gewonnen und auch geil und ja, Funkos gehen auch immer. Perfekt, es hätte nicht perfekter sein können. Herzlichen Glückwunsch. Du bist Platz Nummer 1. Das waren die Gewinner, das war die Auslosung. Ich werde wahrscheinlich jetzt im Video die Namen nochmal alle eingeblendet haben mit Platzierung und ich glaube, ich habe entweder vor dem Part oder auf jeden Fall sage ich nach dem Part, was ihr jetzt genau machen müsst, wenn ihr gewonnen habt. Auf jeden Fall an der Stelle einmal fettes Glückwunsch an alle Gewinner und Gewinnerinnen. Ich hoffe, die, die gewonnen haben, freuen sich auch darüber, dass sie gewonnen haben. Und die, die leider nicht gewonnen haben, ich sage es jetzt immer auch hier, ich sage es zwar nochmal gleich, auch nochmal öfter, aber ich sage es jetzt nochmal hier, ja, sorry, dass ihr nicht gewonnen habt, aber vielleicht beim nächsten Mal, ne. Es war ja auch kostenlos die Teilnahme, ne, da kann man sich auch nicht beschweren. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, freut mich an alle, die gewonnen haben. Und ja, wir gehen jetzt aus der, ich sage mal, Randomizer-Sparte raus und gehen wieder zurück ins normale Video und dann seht ihr mein Gesicht auch wieder, wie es sich bewegt. Also bis jetzt. Ja, an der Stelle herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Ich hoffe, ihr freut euch. Jetzt habt ihr nur noch eine Aufgabe. Ihr müsst jetzt mich kontaktieren. Ob es auf Instagram ist, ob es hier auf YouTube in den Kommentaren ist, ob es über meine Business-Mail, so heißt es zumindest bei YouTube, über die Mail ist, ob es, egal worüber, worüber man mich kontaktieren kann, ihr müsst mich jetzt anschreiben, ihr Gewinner, und schickt mir natürlich eure Adresse und ich brauche halt dann die Adresse, um euch das Zeug zuzuschicken. Ist ja logisch, ne? Wenn ich von euch dann die Nachricht mit allen möglichen Infos, beziehungsweise halt der Adresse bekommen habe, werde ich das Paket so schnell es geht losschicken. Und ich hoffe, ihr seid damit dann glücklich und zufrieden und freut euch darüber. An alle, die leider nicht gewonnen haben, tut mir leid, aber es wird gewiss noch mal zu einem Gewinnspiel kommen. Bin ich mir ziemlich sicher und vielleicht gibt es da auch irgendwas anderes zu gewinnen oder was Cooleres, Besondereres, Größeres, man weiß es nicht. Je nachdem, wie krass dieser Kanal hier dann tatsächlich doch noch wächst. An der Stelle kann ich nur noch mal sagen, danke für mittlerweile über 1.000 Abonnenten, über 1.100 Abonnenten stand das Videos hier. Ich freue mich über jeden neuen Abonnent. Es macht mir super Spaß, diese Zahlen zu sehen, auch jetzt in der Zeit, wo ich jetzt halt eine Woche lang kein Video gemacht habe, dass einfach trotzdem diese Resonanz auf den Videos so groß ist, macht mich einfach echt happy. Und auch noch mal vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, beziehungsweise vielen, vielen Dank an alle, die die Videos hier gucken. Freut mich einfach mega. So, wie gesagt, das Video soll jetzt nicht länger werden, als es sowieso schon ist. Wahrscheinlich ist es irgendwie 5 Minuten oder so, keine Ahnung. Nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Nochmal, naja, sorry an alle, die nicht gewonnen haben. Trotzdem danke für die Teilnahme. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video dann wiedersehen. Ich selbstverständlich dann auf derselben alten Couch und vor allem dann auch wieder mit einem regulären Video, was nicht einfach nur eine Gewinnspielauslosung ist. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.